Herzlich Willkommen zurück zu Stardew Valley Hey Wolltest du die haben oder wie? Ich wollte die abbauen Und die da geben Jetzt musst du mir halt sagen Du hast halt Alp-Karm gebaut Kann man Holz mit Bomben abbauen Experiment Ja kann man Geiles Experiment Experiment hat sich wenigstens gelohnt Hat es ist auch eine geile Idee gewesen Muss ich ehrlich sagen Übrigens sehe ich das immer noch in deiner Stimmt Okay Wie so 3 Hä Wie so 3 Wir haben keine Kohle mehr Also wir haben noch 6 halt Wo ist die ganze Kohle hin? Da waren gerade noch 34 Ja weil ich habe das ja für die Bienenhäuser benutzt Achso Falls wir mal ein Schwert brauchen Hier ist noch eins So So Ich dachte du kaufst eins mehr Hm? Ich dachte du kaufst eins mehr Wenn mal haben wir 4 Bienenhäuser aber ey ist gut Ich habe doch gesagt ich mach mehrere Ich dachte so Aber immerhin ist gleichmäßig ich meine Ich habe die Lichter vergessen Ich habe die Lichter vergessen Ähm Ah ok Und der Mann ist fertig Ähm den tue ich einfach mal hier rein Wo sind die Lichter? Wo sind die Lichter? Links oder? Ja Ja Ich finde die kurzen irgendwie viel schöner Beim Kind noch Habe ich auch so gemacht Oder Kann man in der Küche Ja so wenn man nachts kocht Kind braucht kein Licht Macht man ja so Mach ich ab und zu Muss ich halt für den nächsten Tag Beispiel wenn ich arbeiten gehe Äh Arbeit, äh Essen vorbereiten Muss immerhin um 5 Uhr aufstehen Um Dort anzukommen Um Rechtzeitig Ich glaube kann es sein dass im Witter Ähm Herbst gar nicht gewittert Normalerweise schon So Na Ich hätte Dinge Zum Schmelzen hinzufügen Kann Na Ich tue erstmal nichts Weißer ich habe heute wirklich gar keine Lust auf äh Die Mine als Höhle Das ist gar kein Wärme Ich gehe heute wirklich in die normale Mine Was? Ich gehe nochmal nach langer Zeit die normale Mine Warum? Weil ich kein Bock mehr habe Ganz jetzt zu sterben Jetzt wo ein gutes Schwert hat geht er weg Hat er kein Bock mehr Ah ich habe ja das neue Schwert Ja ich möchte ich kann es ich probiere es hier aus Nicht dass es direkt kaputt oder verschwindet Kaputt Das habe ich schon mal guten Schaden angerichtet Aber ich habe herausgestellt es kann kein Sternzeug kaputt machen Nein Fahr mal Federmäuse Wenn ich Geld dazu habe Geld Boah es geht schon schneller auf jeden Fall mit dem Schwert Boah es geht schon schneller auf jeden Fall mit dem Schwert Okay Ich habe noch nicht mal eine Bommel im ganzen Netz Blatt platziert Doch Wann Jetzt will ich jetzt mal wissen wann Irgendwann Yeah Diamant Yeah Diamant Yeah Diamant Voll das Minecraft Kitty Oh nur einer Ah Pameli Pam Pam Pameli Pam Wo bleibst du? Jetzt sollst du wieder in die Wüste Was? Jetzt sollst du wieder in die Wüste Wieso ich wieder in die Wüste gehe? Ja? Ich habe einen sehr guten Grund wieder in die Wüste zu gehen Den T-Shirt zu holen Ja ich möchte ein T-Shirt haben Ja ich möchte nur gucken ob es eins gibt Aber wenn ich schon mal da bin kann ich auch nochmal in die Mine gehen weil sich da jemand nicht mehr reintraut So ein gewisser Indiana Jones Ich habe heute keinen Bock drauf Ein gewisser Indiana Jones mit stärkstem Schwert im ganzen Game Hol sie doch auch einfach eins wenn wir wieder so eine Wüste haben Ja weißt du wie lange das gedauert hat und weißt du wie selten das war? Wie viel Glück wir hatten Ich sag ja nichts dagegen Das war keine schlaue Idee Na ja Guck mal wie viel Leben ich noch habe Das war keine schlaue Idee Sich selber in die Luft zu jagen ist keine schlaue Idee Das sollte eine Mission für sämtliche Menschen sein Letzt mal als ich ein Ding Ulm gemacht habe hat Spaß gemacht Jo ok chill mal dein Leben alter Braunes 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 T-Shirt Ja das sollte man vielleicht hinterher hängen ja Ist das eine Lederhose? Kann sein Dann kaufs Soll ich es kaufen? Nein Das war ein Scherz Ich kann ja nicht nachher hängen Ja das war ein Scherz 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 das ist ein fisch aus sand wenn ihr doch um wenn ihr der name stimmt wenn ich der name stört motto installieren bin ich doch um sagt auf der stelle den besseren namen für den sand fisch er magischer pilz er ist noch unkreativer stein nein nein ja ja okay hätte ich ja nicht gesagt dann hättest du nicht bekommen ja oh ja 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 Kohle, Stein, Boden. Also ich habe es wirklich gesagt, was eigentlich echt was Gutes ist, wenn wir Kohle haben, aber wenn du mich wieder verarschen willst, dann fäng dich. Nimm mal Sachen mit mehr Humor. Tut mir leid, ich habe leider einen Hund ermordet. Erzähl doch mal die Sachen mit mehr Humor. Ich lach doch. Warum laufst du nicht? Als es mein Hund war. Ach nö. Wer interessiert dein Hund? Ach komm schon. Was ist das? Tschüss. Und sogar vom Strand. Also ich kann langsam nachvollziehen, warum du Treppen bauen möchtest. Was ist das, Mann? Stimmt, ich habe die Treppen komplett vergessen. Ja, hast du Steine. Ja, du hast 48 Steine. Ja, wir sollten bald, glaube ich, auf die Zahn... Ha-wey. Wir sollten bald auf die 2500 erreichen. Ha-wey. Ja, ich wusste ich... Ach, mit der kann man auch Herzen aufbauen. Man kann mit jeder... Bei jedem, mit jedem an sich. Mit der einen Parkrockerin... Touristen, da konnte ich nicht aufbauen. Ja, weil das waren auch Setcharakter. Oh, ich habe schon 120 erreicht. Kurz mal gespeedrunnt. Ja. Was macht der da oben? Jeden Tag? Der erste Jahr ein Forscher. Oder eher gesagt ein Laborant. Er sollte lieber mal erforschen, warum er so ein kack Charakter ist. Das ist eher mehr Psychologie als, äh, chemische Forschung. High-Item nicht verkaufen. Wobei, das normale, kannst du aber nicht verkaufen. Wollte ich euch dir geben, aber okay. Dann du's weg. Die bringen eigentlich erst ab Silber raus. Alter, die da holt. Gott. Der ist jetzt auf Feld, vor allem. So bist du so laut. So, here we go. Du kriegst die euren Statue. Ich will sie nicht. Ich platziere sie irgendwo draußen. Wo, wo ist die Sternenstatur hin? Hinter deinem Haus. Okay, gut. War kein guter Ort anscheinend. Wieso tust du dich hinter das Haus stellen? Ich dachte mir ist ja lustig. Ja, meine, einer hat seinen Spaß hier rein. Ja, natürlich. Das ist halt eben eine. War steinig zu verkaufen. Er ist trotzdem irgendwo noch ein Teil von dir, ich tue es in dein Zimmer. Habe ich eine neue Schuhe bekommen? Adidas oder Nike? Puma. Der kann es verkaufen. Nein, ich fahre. Immunität ist doch keine Verteidigung. Wollen wir über allgemeine Sachen reden? Wie findest du den neuen Namen von Twitter? X? Mhm. Exzentrisch. Ich find den einfach echt zu extrem. Ja. Ja wie, der war jetzt nicht lustig, der war dann nicht viel lustiger. Das war schon so ein Spaß, so ist so ein Spaß. Ja, dann war dann halt nicht viel lustiger, dann das... Bei deinem Witz denk ich mir einfach nur einen Satz mit X, das war wohl nix. Weil du uns... Ja, aber der Name ist echt schlimm. Ich find wir sollten alle Social Media jetzt einfach in Buchstaben bedingen. Hat mehr Stil. Äh... Hä, wo ist das ganze Stein hin? Wir hatten noch viel mehr, wir hatten fast 2000, doch, oder? Ich habe gar nichts mit dem Stein gemacht. Ja, nein, nein, doch nicht, ich hab's mir eingebildet, sorry. Äh, joa. Die Bombe. Ne, wir hatten wirklich mal mehr Steine, aber wo ist der hin? Vielleicht hab ich mal beim Crafting benutzt, keine Ahnung. Nein, der Satz ist alt. Ich sag, ich sag ihm trotzdem. Ich will meine Faus hinlegen. Jetzt dürfte er schon eine Menge bekommen. Oh, doch nicht so. Also, ich hab wenige, ich hab mehr erwartet. Okay, Mister, ich hab mehr erwartet. Solche Sätze, das ist echt schade. Ey, was ist denn? Was? Was? Hey, Wix, bekommst du einen weiteren Kaktus? Ja, ich hab schon einen. Mann, weg damit. Wenigstens, guck, deine gibt dir wenigstens Möbel, ich bekomm gar keine Möbel. Mein Haus ist so leer im Vergleich zu deinem. Ja, guck mir mal mein Haus an, Alter, was ist das? Ey, das ist echt voll, das Haus. Hast du eigentlich auch die Belohnung vom Museum abgeholt? Ne, hab ich nicht. Moment, muss ich mal machen. Das Haus ist echt, ey. Das Full House, ey. Bei dir ist so leer, bei mir ist alles voll. Außer der Keller, da steht gar nichts. Du hast einen Keller? Ja. Das ist kein Keller, das ist ein Vorderraum. Also. Das ist ein Raum, weil ich weit vorne meine ich. Und da steht gar nichts drin, er ist wirklich dicht außer der Werkbank. Und so ein random Stein. Aber sonst in allen Räumen ist alles so richtig vollgepackt. Dahin würden wir erst wirklich immer mehr. Ja, der hat seine Training-Arc hinter sich. So. Also ich muss das was hier noch nicht bei dem, aber Gott sei Dank. Ja, der hat auch jetzt zum 2. Der hat nämlich immer. Was ist mit den Leuten hier los? Na komm schon, 10 Sekunden jetzt. Dankeschön. Ach, vergess dich, in 5 Tagen kannst du die Junimo-Figur abholen. Ja, stimmt. Gemälde? Ich kann nicht mal auch ein paar Dekorationen haben. Ja, na danke. Willst du ein paar davon? Ich kann dir gerne die Gemälde schenken. Ja, sehr schön. Ich dekoriere mein Zimmer, mein Haus bisschen um, wenn ich irgendwas nicht will. Die Gemälde kannst du zum Beispiel haben, die will ich nicht. Mein Haus ist echt voll. Du kannst auch gerne, äh, kannst du auch gerne, ich gebe dir, ich weiß was, ich zeige dir ein paar Möbel, die du haben kannst und du kannst sagen, ob du die willst, okay? Äh, warte. Möbel dich einfach nicht mehr so viel. Ja, also ich bediene mich dann. Ich hab gesagt, ich sag dir welche, wo du haben kannst. Das ist Musikinstrument. Platier einfach mal ein... Was machen wir, Alter? Was machen wir, Alter? Das hört nicht auf. Okay, jetzt. Klingt dir mal schlecht vor allem. Was? Klingt dir mal schlecht vor allem. Gell? Wie willst du gut geworden? Ey, jetzt spiel weiter. Ja, man muss nur, äh, man muss sich nur dran, äh, hinstellen. Dann, äh, spielst du schon. Den einen Sound aber nur. Daher kann ich sich mal hinstellen. Ja, du musst auch, äh, du musst einen Platz im, äh, vor dir haben, ne? Also. Du feierst das Ding zu sehr. Was machst du mit meinem Raum hier? Ja, hol dir halt die Statuen ab. Ich will die eh nicht. Aber du, schuld, du stellst die in mein Haus. Warte, lass, dann kriegst du auch noch den singenden Stein. Dann kannst du in deinem Zimmer ein bisschen Musik machen. Wann verpiste ich, du Drecksköter? Ey, was ist das? Ich kann's nicht mal platzieren, der ist zu nah dran. Geh weg! Tu's zurück. Ich kann's halt ohne Spaß nicht platzieren. Oh, doch kann ich. Willst du wieder für Musik sorgen? Was meinst du? Warum klingt das vor allem nicht mal schlecht? Man kann sich da draufsetzen. Ich hab's, Thorsten. Ich hab's, ja, ich hab's die ganze Zeit probiert. Es ging nicht bei mir. Nee, weißt du was? Ich glaub, ich stell die bisschen um. Weil die sieht man kaum. Jetzt aber nur kurz nochmal zum Geschäftlichen. Geschäftlichen? Wenn du willst, kannst du den Kaktus haben. Dann bitte ich nicht. Ah, nee, warte, ich hab jetzt eh... Aber warte, nee, du kannst gar nichts haben. Moment. Ich geb dir die Bilder. Sag mir, wo du die hinhaben möchtest. Kann ich das Kind haben? Was? Kann ich das Kind haben? Nimm mit. Was hältst du davon, dieses Bild hier hinzuhängen? Äh, ich halte... Äh, warte, ich... Ist angerufen. Komm, du gehst ran. Wollten nur mal reinhören und sehen, da wirst du ein Liebe hören. So, ich hab... Na, gut zu hören. Passt. Hat es richtig gemacht. Was hältst du aber, von dem hier hinzuhängen, das da? Oder willst du das hier hinhängen? Boah, warum sind die Bilder so geil? Können wir Bilder tauschen? Ich warte, welches, äh, sagen wir das Große? Möchtest du das haben? Ich guck mal. Ich kann es ruhig hier haben. Dann nehme ich so lange, was da hier. Na, Spaß. Das hast du vor allem in deinem Haus auch. Echt? Ah, okay. Ich hab... Ich hab in meinem Schlafzimmer noch ein Bild. Willst du es mal angucken? Ja, obwohl das mag ich zu sehr. Nee, du kriegst die zwei Bilder. Okay. Willst du das hier hängen haben oder das andere? Das große hier. Das hier? Ja. Wo willst du das andere hängen? Das andere in meinem Zimmer. Was? Okay. Hier hin. Da, wo ich auch mein Bild habe. Äh, tu, warte kurz. Ich komm gleich. Ich stell das so ein bisschen um. Kann ich nicht machen, weil das nicht denkt. Ja, darum ja, möchtest du die auch stellen. Schön. Wenn du es da ganz in der Ecke haben wolltest, hätte man es auch darauf schon hinlegen können. Ich weiß. Ich wollte es einfach auch Spaß hin tun. Na, ich tue es. Mein Haus ist halt echt so leer. Und mein Haus ist so fucking. Du bekommst halt die ganze Möbel. Ich weiß. Kann doch schlafen gehen. Ich mach das, aber ich mach dir das jetzt nach mit dem Teppich. Ja, scheiß mal auf die Sonnenblume, ey. Ja, ich wollte gerade noch mit dem Kistall spielen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier den nächsten Part weiter bei Starter Valley. Und bis dann und ciao. Ciao. Oh. Ja. Ja. iko